So, weiter geht's, on a rail, und ja, ich bin jetzt mal gespannt, da ist es nämlich schon wieder ziemlich was los, salat mäßig. Oh, wow, so, so kann's losgehen, so, wir haben keine, oh, und schon wieder, wow, so, bei diesen Dingen muss man offensichtlich aufpassen, das habe ich nicht bedacht, aber jetzt haben wir so, oh man, äh, und jetzt häng ich fest. So, das ist jetzt, oh, yeah, tak tak, tak tak, tak tak, wow, ich muss da ein bissle ein ton hinterdrehen, weil, das ist vorstappt, so, okay, ich verstehe, jetzt bin ich offenbar gezwungen, nochmal zu laden, so, jetzt wissen wir aber, wie es geht. Oh, mein, das fängt halt schon nicht gut an. Dass der noch schreien kann. So, jetzt bei haben wir mal, damit wir uns keinen blöden Fehler mehr erlauben. Steigen da auf und von vorwärts, so, jetzt dürfte uns nichts mehr passieren. So, jetzt müssen wir ganz kurz was checken. Alles gut, so, was ist da los? Ah, okay. Was ist da los? Oh. 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 So, wir zum blöden Fehler. Und da? Oh, yeah. Müssen wir nochmal schauen. Offensichtlich. Müssen wir irgendwo anders hin. Und da ist die Plattformhorn. Okay. Oh. 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 Komm raus. Hallo. Hallo. Okay. gut ok ok go 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 wie machen wir das jetzt ja genau wie ist das park oder feature so bei der sechtern sorry und wir können weiter Oh yeah, he'll pay. You will definitely pay. Ah, warte mal, das hätte da drin auch machen können. Vielleicht siehst du irgendwo was Gutes. Hallo? Nein. Leider nichts. Das ist wie bei mir beim Lotto spielen und mit Kryptowährungen. Leider. Oh. 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 Geh weg weg. Okay. Oh my god, no. This way, there's two. Duck jump, duck jump, oh my, this way, there's no. Okay. That's what it's funny. Irgendwo braucht man da jetzt was. Okay, sehr gut. So, dann... Alle tot. Blöd. So, diese Mission hätten wir mal erfüllt. Die Rakete, die uns retten soll, ist mal abgeschossen. Und wir können wieder raus. Kann man vielleicht doch auskennen. Das wäre ein bisschen angenehmer. Oh Gott. Wollt ihr mal sehen, was passiert? Wie? Ja, das ist sehr... Ähm... Was ist denn da? Oh! Ah. Ha. Okay. Scheiße. So, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wohin ich jetzt weiter muss. Was? Da ist es nicht... Ui. Schockiert aus. Schockiert aus. Ähm... Ob jetzt nicht doch da nochmal weiter muss. Oder drüben in den Tunnel rein. Schockiert aus. Oder drüben in den Tunnel rein. Schockiert aus. Was. Was zu tun ist. Und was Neues entdecken. So. Nein. Da ist ein Station. Also... Geht's wieder da oben? Ach Gott. Da oben ist hier der fiese Kandidat. Und... Der fiese... Ah, jetzt ist das Mikro verrutscht. Sorry. Da ist der eine miese Kandidat, der in seinem Posten drin sitzt und auf uns runterschießt und den machen wir jetzt. Jetzt aber. Gut. Gut. Ähm... Ah. Geht's da weiter? Jetzt sehe ich ein soes Power bei 100% weil ich glaube jetzt wird's wieder furchtbar fies. Ah. Apprehension. Okay. 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 Eins, zwei und drei. Ah, mein Mikro, das verrutscht immer. Ich glaube, dann nehmen wir mal an. Festpicken. So. 30? 30%. Nein. Ähm. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach Gott. Ja. Ja. Passt. Und da kommt jetzt ein nettes, freundliches, fieses Vieh. Nicht mehr so fies wie die Pflanze ursprünglich. Einbringlich, die große, die ja ziemlich einen Hunger gehabt hat. Aha. Oh Mann. Ich bin jetzt ein Bosser. Achso, ich bin immer noch ein Bosser. Okay. Okay. Ja. Der ist ein fieser Fiesling. Aber. Aber. Kriegen wir jetzt eine coole Woche. Okay. Okay. Hmm. Wir müssen doch hoch. Okay, yeah, good. Cool aus, oder? Alter. So, das wäre ja mal erledigt. Ja. Genau deswegen habe ich jetzt ein Kiste lang gewartet, weil die blöde Tür wieder zugeht. Jetzt der Video wieder. Dreh, 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 d Okay. Ui! Ah! Toysa. So. Gut. Das bricht gleich. Okay. Okay. Yep. Da, da, da. Ja. Uh. Okay. Okay. Zwei. 20 jahre später reißt es mir immer noch unglaublich ich bin ein sehr schreckhafter mensch gut 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 da die fürchte trotz dass sie jetzt nicht mehr aufkommen oder da ist wieder klitsch wo alles spiel ist so wirklich glitschig ja wer übrigens interesse hat auf 1 wenn die nachhofer hat noch hofläufer noch half läuft noch eine klassiker spielen soll ich würde eigentlich gerne wieder mal star wars jedi night spielen der city jedi night academy teile die outcast es gibt sie nicht sind die klassischen star wars jedi night teile die klassischen themen von denen man ist ja 2000 2 2003 jede academy habe ja gespielt das war aber nicht so das gibt es ja nicht was muss sie denn da machen ja hallo die dumme gehen da alles wird ja man muss es nur schaffen nicht runter das gibt es nicht naja also ja ich verstehe es jetzt nicht ganz was sie doch falsch macht also mit sie kann ja sie und das base kann ja weiter springen das mache ich eigentlich doch schon die ganze zeit das programma c und space aber ich voll immer ober probieren wir jetzt noch mal den den als transport mittel den freundlichen fisch da so jetzt über speichern so und fast sehr ja ja Oh, nicht schon wieder. Oh, da oben ist der. Der G-Man. Mhm. Oh. Schüss. Glaub. Jawohl. Da, da, da. Da, 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 da. Was ist denn das für Kollisionsabfragen? Das ist ja schlimm. Ah, du. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Gut. Mit dem quatschen wir noch. Der ist auch schon mehrfach gestorben. Also eine Modellvielfalt ist relativ. Gut, und dann lassen wir es weiter, oder? Was wollen wir das für ein Level? Apprehension, immer noch Apprehension. So, gut, dann bis zum nächsten Mal, dann geht es weiter. Tschüss. Ja, will ich beenden. Und tschüss.